Diesen Monat malen wir im Mitgliederbereich gelbe Tulpen und gelb ist für Blumenmaler schon eine etwas herausfordernde Farbe, denn mit diesem hellen Farbton ist es nicht so leicht Tiefe in die Blüte reinzubringen und deshalb möchte ich heute gerne hier auf YouTube mal einen Quick-Tipp mit dir teilen, wie du auch ohne großes Verständnis für Farbenlehre gelbe Blüten mit Tiefe darstellen kannst. Dazu schauen wir uns erst einmal die Hell-Dunkel-Skala an, die wir mit Gelb erstellen können. Wenn wir also den gelben Farbton nehmen, in meinem Fall ist das jetzt hier ein Lemongelb, und den in die eine Seite mit Wasser aufhellen und in die andere Seite mit mehr Pigment versuchen abzudunkeln, sehen wir, dass wir ein relativ kleines Spektrum haben von eben hell zu dunkel. Wenn wir das gleiche mal hier beispielsweise mit einem Rotton ausprobieren, dann sehen wir, dass jetzt dieses Hell-Dunkel-Spektrum schon wesentlich größer bzw. breiter aufgefächert ist. Das heißt also, mit dem Gelbton haben wir hier wenig Spiel zwischen hell und dunkel, wir können also wenig Variation in ein Blütenblatt reinbringen. Mit dem Rot hingegen können wir ein Blütenblatt aber schon wesentlich differenzierter darstellen, ohne dass wir zum Beispiel eine weitere Farbe zur Hilfe nehmen. Ja, und mit welchen Farben können wir denn jetzt unser Gelb-Spektrum hier erweitern und zum Beispiel Schattenbereiche in einem gelben Blütenblatt oder in einer gelben Blüte darstellen? Für die Tulpen, die wir diesen Monat im Mitgliederbereich malen, habe ich mich auf zwei Farben konzentriert und zwar zwei unterschiedliche Gelbtöne. Einmal das Zitronengelb und dann noch ein warmes Gelb. In meinem Fall war das ein New Gamboche. Hier möchte ich jetzt mal mit dir einfach ein paar Farben ausprobieren, die du aus deinem Aquarellkasten nehmen kannst. Ich nehme jetzt hier einfach mal unterschiedliche Farben aus meinem Kasten. Ein Grün, ein Violett, ein Blau, dann den Rotton, den wir eben schon hatten und dann nochmal New Gamboche, also ein warmes Gelb, beziehungsweise kann das auch ein Cadmiumfreies oder ein Cadmiumgelb sein. Und die Farben, die trage ich jetzt hier sehr hell, also lasierend, also das heißt mit viel Wasser aufgehellt auf mein Papier auf. Das Ganze lasse ich dann trocknen und dann gehe ich mit meinem Zitronengelb über diese Farbtöne einmal drüber, um zu sehen, wie sich das Gelb ändert, wenn wir also über eine Erstuntermalung drüber malen. Schauen wir uns das Ganze mal zur Hilfenahme unseres Farbkreises an. Dann können wir hier zum Beispiel von dem Gelb startend einmal nach rechts in Richtung warmes Rot, dann nach links in Richtung Grün. Wir können aber auch mit den gegenüberliegenden Farben arbeiten, zum Beispiel hier mit einem Violett. Das wäre dann der Komplementärkontrast. Oder wir können mit dem sogenannten Split-Komplementärkontrast arbeiten. Also statt dem Violett nehmen wir die Farbe, die daneben liegt. Das wäre jetzt in diesem Fall dann eher ein Blau und in dem zweiten Fall eher ein kühles Rot. Probier das einfach mal mit unterschiedlichen Farben aus deinem Aquarellkasten aus. Die einfachste Art, Gelb zu brechen bzw. Schattenfarben zu erstellen, ist mit dem Komplementärkontrast, das heißt also mit Violett. Und wir sehen jetzt hier bei dieser Übung, wenn wir eine kleine Spur Violett in das Gelb mischen, verändert sich der Farbton, er wird etwas gebrochen und etwas wärmer in dem Fall. Wenn wir zum Beispiel eine kleine Spur Gelb ins Violett reinbringen, dann wird umgekehrt auch dieser Violettton nicht mehr ganz so leuchtend, sondern etwas gebrochen. Ich hoffe, mit diesem Quick-Tipp konnte ich dir ein paar Inspirationen geben, wie du deine gelben Blüten vielleicht mit einer Untermalung anlegen kannst oder wie du vielleicht einen zweiten Gelbton nutzen kannst, um deine Blüten plastischer wirken zu lassen oder vielleicht auch wie du ein Violett in dein Gelb hinein mischen kannst, um eben Plastizität und Dreidimensionalität in deiner Blume zu erstellen. Für alle Unterstützer des YouTube-Kanals gibt es übrigens eine der Tulpen als Abhausvorlage und für alle im Mitgliederbereich gibt es die Anleitung seit 1. Mai zur gelben Tulpe im Mitgliederbereich und noch weitere Blüten als Abhausvorlage sowie auch unterschiedliche Fotovorlagen für dein Aquarellprojekt. Damit wünsche ich dir viel Spaß beim Malen. Bunte Grüße, deine Christine wir sehen uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank.